O, ein Pilz bitte! Ey, warum nimmst du denn jetzt mein Whisky weg, du? Ja, keine Ahnung, ist ein Tick von mir. Ja, geh mal wieder her, hier, Junge. Vielleicht klatscht das. Ja, übertreibt man dich immer so. Ich bin Jolipokar. War ein Junge? Jetzt bin doch hier der Captain, man. Boah, das macht mich. Jetzt ist aber schon irgendwie geil. War Junge. Du bist noch geträumt, du bist tot, man. Und jetzt, sich deine dumme Fress schon wieder hier rumsitzen. Was, man? Hey! Wie geht's, man? Alter, ey, bist du tot, ey? Fifty, ich will, dass du dich hier unterschreibst. Ich will nicht mit dir Enten jagen, man. Doch, du musst. Hör zu, Fifty. Das machen gute Freunde nun mal. Ich mein nicht dich, geh wieder weg. So, Fifty, heb die Hand hoch. Und sag. Was soll ich sagen? Ich schwöre, dass ich niemanden töten werde. Äh. Ich schwöre, ich will niemanden töten und, äh. Was soll das hier eigentlich? Hast du nie den zweiten Terminator gesehen, man? Na, Logo, Daniel! Na, dann solltest du die Szene aber kennen. Daniel Fink! Was redet ihr über Terminator? Hi! Stock! Schwul. Ich bin nicht schwul. Höh. Nee. Glaub ich auch nicht. Wer gibt den Eindruck? Äh. 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 Hör zu. Äh. Wir sind der offizielle Terminator 2 Club. Willst du nicht mehr werden? Terminator Club? Was für ein Schwachsinn. Was war das? Schwachsinn. Hey. Ich hau dich gleich. Äh. Was willst du? Dich haun. Ja, da tut's mir leid. Hä. Hä. Fifty. Das ist doch immer so. Danach entschuldigen sie sich. Richtig. Schwule sind schon echt lustig. Hä. Hu. 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 Oh nein. Da sind die schon wieder, Mann. Was machen wir jetzt? Was soll wir jetzt tun? Ruhe bewahren. Ruhe bewahren, Mann. Guck doch mal, wie hässlich die beiden sind. Ich will nach Hause, Mann. Männer dürfen Gefühle zeigen. Hu. 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 Diese schiefen Zähne. Ich bin echt... Suizid gefährdet. Hu. Hu. Aber echt. Übels, Mann. Ja. Hier wohne ich, wa? Oh, wie... Geil. Fifty. Verdienst du ja so als Gangsta Rapper echt viel Geld. Ja, Mann. Ist halt mein Business so, weißt? Ja. Ich bin sicher, dass wir unsere Nummern raus tauschen können oder so. Äh, hast du schon auf Koks gefickt? Hä? Na Logo! Geh jede Nacht aufs Neue, man! Heute auch! Geil! Ja, ne? Ich hab auch noch was zu rauchen da. Also, wenn Bock hast. Hilft dir, du Charmeur? Natürlich hab ich Bock! Ja, dann... Bums, wir dich erstmal richtig durch, oder? Was hältst du davon? So, an sich. Ja. So. An sich ist das ne nette Idee. Ja. Oh geil, Alter. Komm her, war Junge. Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Da-da! 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 Na-naa... Na ja na, na! Na, FIFTY, wie gehts dir? Ja, sieht ganz gut aus! Wenn das so ist! Jo! Die war bei dir, ne? Ja, ich hab die nicht gesehen, ich hab dir nur mein Haus gezeigt. Dein Haus gezeigt? Dann hast du sie ja doch gesehen. Oder, Fifty? Gib's doch einfach zu. Ich hab keine Ahnung, was du meinst, Daniel. Fick ist es. Themawechsel. Weißt du, wen dafür klingelt? King Kong, ist doch logisch, Mann. Was quatscht und mich damit voll? Ich hab jetzt echt Bock, mein Pferd hier rumzuschwingen, Mann. Echt? Mach das doch, Daniel. Ja, hast es. Ja, wo steh ich mal hier hin? Wo klingst du irgendwie? Wie klingst du komisch, Schatz? Was los? Ist dir alles okay? Klar Schatz, aber ich würde sagen, heute Abend können wir mal richtig verzaufen. Aber, was meinst du? Ja. Oh, Dave. Hahahaha. Tschööööö. Ja dann schenke ich dir jetzt erstmal noch ein bisschen was nach oder? Oh ja. Ja. Da… …da fahr ich echt drauf ab. Na gut. Dann nehme ich jetzt erstmal die Flasche und dann schenke ich dir.. Mama ein. Mama hat's ihn. Moment mal. Ich soll besoffen werden. Ehhh. Nein. Nein. Also wenn… Will ich einen Pilz? Nooooo. Kein Bild. Dräck du am und zu noch mal rein. Warte mal, willst du mich besoffen machen? Hm, nein. Wenn du besoffen willst, dann müsstest du besser ein Badger. Weißt du doch, hab mir doch schon mal ausprobiert. Letzte Woche. Ja, da hatte ich aber auch... Hier! Nein, du hast völlig zugedrückt mit Kopf. Darum geht's dir. Okay, ich verstehe. Nein, verstehe ich nicht. Ich will jetzt picken. Los. Alles klar? Was? Also, du weißt doch, ne? Dass mein Spitzname der Neger ist. Oder? Ich zeig dir mal, warum mich alle so nennen. Gleich, da unten. Hm, Baby. Juhu. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.